Unsere Militärs haben ihre Stellungnahme abgegeben. Diese Bewertung wurde auch nochmal wiedergegeben von unserem Botschafter in Washington, Anatoly Antonov, welcher unter anderem auch den Journalisten unsere Bewertung, unsere Informationen mitgeteilt hat. Und so wie wir das bewerten im Hinblick auf die globale Sicherheit. Er wurde vom amerikanischen Außenministerium einbestellt. Dort wurden ihm gegenüber völlig haltlose Vorwürfe geäußert über den Verstoß gegen den freien Luftverkehr. Sie haben gehört, wie die Vertreter des Pentagon vom Vereinigten Komitee der Stabsführer verkündet haben, dass die USA auch weiterhin damit fortfahren werden, dort zu fliegen, wo sie es als nötig empfinden, im Einklang mit dem internationalen Recht. Aber wenn wir uns auf diese Logik begeben, so hat der Luftraum um die Vereinigten Staaten herum genau denselben Status wie auch der Luftraum über dem Schwarzen Meer. Aber sie ignorieren auch vollkommen diesen Fakt, dass nach dem Beginn der speziellen Militäroperation unsere Militärs verkündet haben, dass die entsprechenden Regionen des Schwarzen Meeres in unmittelbarer Nähe zur Küste an bestimmten Orten einen eingeschränkten Status haben für die Verwendung jeglicher Flugobjekte. Und solch eine, wie ich es nennen würde, trotzige Ignoranz dieses objektiven Fakts bringt einen natürlich zu dem Gedanken, dass die amerikanische Seite die ganze Zeit versucht, nach irgendwelchen Provokationen zu suchen, um ihre konfrontativen Herangehensweisen weiter zu eskalieren. Das ist schlecht, denn sie haben ja auch andauernd verkündet, dass sie ein verantwortungsbewusster Staat sind und interessiert sind an der strategischen Stabilität. Dies hat mir übrigens auch der US-Außenminister Blinken gesagt beim Treffen in Indien. Doch die Worte stimmen nicht mit den Taten überein. Im Hinblick auf die globale Sicherheit sind jegliche Vorfälle, welche einen Zusammenstoß provozieren, zwei Großmächten zwischen den zwei größten Atommächten der Welt, immer mit sehr ernsthaften Risiken verbunden. Es ist nicht möglich, dass sie das nicht wissen. Sie haben sehr sehr wichtige Risiken. Sie können das nicht verstehen.